Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus, auch heute wieder mit einem Wert, der den meisten bekannt sein dürfte, aber der bisher noch nicht ins Raster von unserem FreeStocks-Format gefallen ist. Der Roland Jägen wird gleich da sein, mein Name ist Andreas Gannstein, nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Fontane Frage, bist du ins Büro gelaufen oder mit dem Auto gefahren? Mit dem Auto gefahren, dafür ist es zu weit, also ich habe da doch eine etwas größere Anreise hier ins Büro, von daher muss ich in der Tat das Auto nehmen. Okay, um die Ecke gefragt, selbst gefahren, logischerweise hast du gesagt, mit dem Auto gefahren, also wahrscheinlich nicht mit einem Fahrdienstleister. Nein, in der Tat nicht, ich glaube, das wird auf lange Sicht zu teuer werden. Aber über einen sprechen wir, und zwar über den Weltmarktführer in dem Bereich über Uber heute. Ganz genau, ist sicherlich jedem bekannt, insbesondere in den USA extrem populär, aber mittlerweile auch in Europa, in jeder größeren Stadt bekannt. Von daher schauen wir uns diesen bekannten Fahrdienstvermittler heute etwas näher an. Ja, das sind wirklich gigantische Zahlen, die hier gezeigt werden. 32.000 Beschäftigte, also tatsächlich, das war am Anfang nämlich nicht so. Am Anfang konnte man sich über die Homepage und auch heute übrigens noch bewerben, früher als Arbeitnehmer mit dem eigenen Auto übrigens und heute aber nur als Mietwagenagentur sozusagen. Genau, es gibt mittlerweile nur noch über lizenzierte Mietwagenunternehmen entsprechend. Man kann sich nicht einfach mehr als privater Fahrer hier entsprechend vermitteln lassen. Und das ist auch gut versicherungstechnisch und auch vom Lohnniveau. Aber wir gehen mal ein Stück zurück, wo Uber überhaupt die Anfänge hatte und wie viele innovative Ideen in San Francisco. Ganz genau, da ging es schon 2009 los, also ist doch schon eine beträchtliche Historie, die das Unternehmen mittlerweile aufzuweisen hat. Und ja, dann ist man nach und nach gewachsen entsprechend. Die Vermittlung erfolgt über eine mobile App oder auch über eine Webseite. Und dann ist es letztendlich so wie bei allen Lizenzvermittlern, dass entsprechend ein Anteil des Fahrpreises, in dem Fall 25 Prozent, hier als Provision dann an Uber abfallen. Das ist schon beachtlich, bevor dem IPO, als diese Zahlen mal aus einem internen Dokument geleakt wurden, an einer Nachrichtenagentur in den USA gespielt. Da war großes Raunen zu spüren, denn das ist schon eine Marge, die man von Anfang an bei einem Start-up durchsetzen kann. Das gibt es selten. Das gibt es selten. Das ist in der Tat recht viel, auch wenn man es vergleicht mit anderen Produkten aus ähnlichen Segmenten. Und ja, das konnte man bis heute behaupten und auch bei dieser doch recht hohen Marge hier auch bleiben. Ja, und da geht es natürlich über die Menge an verkauften Fahrten. Da kommen wir nachher nochmal drauf auf die Umsätze. Die Bewertung der Firma hat ziemlich rasch die 50-Milliardenschwelle erreicht durch mehrere Finanzierungsrunden. Da war der chinesische Staatsfonds dabei. Baidu, eine Paypal von der Daimler Chrysler in Kooperation, hat man gelesen. Und selbst der Axel Springer Verlag, also der, der die Bild-Zeitung verlegt, hat sich an dem Unternehmen beteiligt. Ja, wirklich sehr viele bekannte Unternehmen hier als Kapitalgeber mit dabei. Und dann erfolgt der Börsengang letztendlich hier im Mai 2019. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Konkurrenten. Und in den USA ist das sicherlich die Lift, die hier als größter Konkurrent gilt. Würde ich fast sagen Nachahmer, denn interessante Geschäftsmodelle finden immer Adaptoren, wie es so schön heißt, in der betriebswirtschaftlichen Sprache. Wir kommen mal auf das weltweite Wachstum zu sprechen. Das ist wirklich beeindruckend. In den meisten Regionen wuchs man von 21 auf 22. 21 war ja auch ein Jahr, wo man durch die Corona-Pandemie vielleicht gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollte. Und dann nochmal zu wachsen, ist schon ein guter Schritt. Also auf jeden Fall, das waren sehr ordentliche Wachstumsraten in Europa. Nicht ganz so groß in diesem Zeitraum. Aber mittlerweile hat man hier auch wirklich nachgeholt, auch in dem letzten Geschäftsjahr. Und kann hier auch in Europa Wachstumsraten aufweisen. In 10.000 Städten kann man über die App den Service buchen. Und dann dauert es teilweise nur ein paar Minuten, bis der Uber-Fahrer oder das Uber-Fahrzeug erst einmal hier, es kann ja auch eine Fahrerin sein letzten Endes in Berlin, im Schnitt nur vier Minuten. Das ist wirklich extrem schnell, muss man sagen, dass da wirklich mittlerweile auch flächendeckend dieses Angebot insbesondere in den Großstädten angeboten werden kann. Und da man wirklich im Bereich von wenigen Minuten hier direkt einen Fahrdienstleister vor Ort dann findet. Du bist öfters in Frankfurt als ich, vielleicht auch in Berlin. Jedenfalls wohnen wir ja nicht um die Ecke zusammen. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, fährt man lieber in den Club mit einem Uber oder ins Stadion? Ja, diese News hat mich auch überrascht, dass in der Tat in Frankfurt mehr Menschen ins Stadion fahren über Uber als entsprechend hier in einen Club. Von daher, ja, das ist doch eine große Menge, die da jeden zweiten Samstag entsprechend ins Stadion pilgert. Ja, vielleicht hätte man das noch verfeinern müssen aus dem Club nach Hause. Da wären die Fahrten vielleicht noch höher gewesen. Aber sei es drum, wer mehr über solche Sachen und auch kuriose Strecken und skurrile Gegenstände, die vergessen worden erfahren möchte, gerne auf Business Insider. Da gibt es einen ganz, ganz langen Artikel. Also ich habe sehr geschmunzelt. Schmunzeln muss man nicht bei den prominenten Anteils eignen. Das sind wieder die Großen mit dabei, die Vanguard Group, Fidelity, JP Morgan und auch Morgan Stanley sowie der norwegische Staatsfonds. Ja, alle großen bekannten Anteilseigner sind ja auch mit dabei und haben durchaus beträchtliche Anteile auch an dem Unternehmen. Wer jetzt denkt, jetzt geht es nur um Fahrdienstleistungen bei Uber, weit gefehlt. Die Diversifikation schreitet auch dort voran. Es geht auch um das Transportieren von Frachten, wenn so ein Uber von A nach B fährt. Vielleicht ist da auch ein Kofferraum noch Platz und vielleicht auch auf dem Beifahrersitz für ein Wärmepaket, wo eine Pizza drin liegt oder so mit Uber Eats ist es möglich. Ganz genau. Da hat man mittlerweile sein Geschäftsfeld doch ausgeweitet und gilt hier neben der Personenbeförderung auch als Lieferdienst und ist da auch ordentlich gewachsen über die letzten Jahre. Und das macht natürlich auch Sinn, dass man nicht in irgendeiner Form auch Leerfahrten hat, vielleicht von der einen Person, die man transportiert, zur nächsten, sondern vielleicht auf dem Weg dahin hier auch noch das ein oder andere Essen an den Mann bringen kann. Da würde ich, wenn ich hinten drin sitze, natürlich Hunger bekommen, wenn ich vorne rieche. Da ist eine schöne Pizza gestapelt oder so. Aber Spaß beiseite, die sind natürlich nicht nur mit Autos unterwegs, gerade in Berlin bei dem hohen Traffic-Aufkommen auch mobil mit Fahrrädern, mit Drehrollern und so weiter. Also solche Fahrzeuge sieht man auch öfters. Ja, das auf jeden Fall. Also gibt es in den unterschiedlichsten Kategorien. Natürlich, wenn es längere Strecken sind, auch mit dem Auto, aber ansonsten gerne hier auch mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Ja, und da gab es auch Quartalszahlen. Wie hat man mit Spannung erwartet? Die Aktie an einer interessanten Schwelle gewesen, muss man sagen. Das wirst du nachher nochmal erörtern. Wir legen erstmal die Zahlen auf den Tisch. Im Vorjahresvergleich, zum Vorjahresvergleich ist der Umsatz nochmal gestiegen um 11 Prozent. Die Erwartungen waren aber leicht höher. Genau, die Erwartungen waren leicht höher. Von daher hat man hier die Analystenerwartungen nicht ganz erreichen oder schlagen können. Das Ergebnis je Aktie lag mit 11 Cent je Aktie auch leicht unter den Erwartungen, die bei ca. 13 Cent lagen. Manche haben sogar von 16 Cent je Aktie gesprochen. Von daher, das konnte man nicht ganz erreichen. Aber insgesamt ist der positive Trend doch ganz klar zu erkennen. Im Gesamtheat soll es Buchungen zwischen 36,5 und 37,5 Milliarden US-Dollar geben. Das ist auch durchaus sehr, sehr positiv. Und auch die Äußerungen des CEO hier waren positiv. Man will weiter diszipliniert investieren. Und ja, das profitable Wachstum, wo man ja mittlerweile angekommen ist, hier im profitablen Bereich, das will man auch weiter vorantreiben. Ja, und da geht es natürlich auch darum, wie viele fahren mit Uber. Die Zahl haben wir selbstverständlich parat. 142 Millionen Menschen nutzen die Plattform mindestens einmal im Monat. Wahnsinn. Das ist schon sehr, sehr viel. Und auch der freie Cashflow ist jetzt im letzten Quartal angestiegen. Liegt bei 905 Millionen US-Dollar. Da hat man einen gewissen Puffer, möchte man sagen. Und ja, man kann durchaus sagen, dass das Unternehmen hier auch weiter auf Kurs ist. Es gibt ja neben den Fahrern, die wir hier schon angesprochen haben, auch die ersten Experimente mit fahrerlosen Fahrzeugen. Ich glaube, in Phoenix, Arizona, da arbeitet man schon mit einem Unternehmen zusammen, mit einem Fahrdienst, wo entsprechend schon Fahrten ohne menschliche Hilfe angeboten werden. Und sollte sich das wirklich vielleicht in naher Zukunft auch etwas flächendeckender ausweiten, insbesondere in den USA, könnte das natürlich nochmal ein Riesenfaktor auch für das ganze Segment und insbesondere auch für die Uber sein. Ja, das stelle ich mir dann lustig vor, wenn man selber das Auto öffnen muss, die Pizza rausholen, wieder zu, zweimal draufklopfen vielleicht, los geht's. Okay, wir werden es noch erleben. Wir sind noch jung, auch die Zuschauer und Zuschauerinnen sicherlich. Der Aktienkurs hat positiv reagiert, sicherlich auch, weil die Bilanz solide finanziert ist. Und das ist ja gerade im hohen Zinsumfeld in den USA wichtig, dass man nicht abhängig von Krediten und so weiter ist. Wenn man sich die einzelnen Quartale anschaut, hat man ein durchgängig gutes Wachstum. Ja, durchgängig gutes Wachstum. Man ist mittlerweile hier, hat die Gewinnschwelle erreicht im letzten Jahr und ja, die Umsätze sollen weiter steigen. Die Gewinne entsprechend auch und auch bei Umsatzrendite und Nettomargen sollen hier im nächsten Jahr weiterhin Wachstumsraten erzielt werden. Das Ganze auch auf Jahressicht, dann in 2024 hinein, 2025. Also das sieht positiv aus. Wenn man sich die Bilanzdaten nochmal auf einen Blick anschaut, dann ist der Gewinn pro Aktie dann ganz schön ordentlich 2024. Die Umsatzrendite soll sich auch nochmal im März verdoppeln. Genau, die Tendenz ist sehr, sehr positiv und ja, da scheint wirklich ja auch der Turnaround gelungen zu sein im letzten Jahr, dass man jetzt hier wirklich sehr beachtliche, positive Zahlen vorweisen kann und die auch weiter steigen sollen. Das honorieren auch die Analysten. Kommentare von Neutral geht es zu kaufen, beispielsweise bei einigen Goldman Sachs, bleibt bei kaufen. Die waren schon länger drauf, Wells Fargo Kaufempfehlung und so weiter. UBS auch. Insgesamt gibt es niemanden, der sagt, reduzieren oder verkaufen. Nein, sehr positive Kommentare von der Analystenseite und auch die Kursziele liegen im Durchschnitt zumindest 10 bis 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau und teilweise noch deutlich höher. Ja, das hatte mich ein bisschen gewundert, denn die Aktie ist in diesem Jahr ja schon grandios gelaufen, hat sich verdoppelt für so einen großen Wert. Das ist schon ein seltener Anblick und das wirst du uns nochmal in den verschiedenen Zeiteinheiten mit dem Freestalks-Tool untermauern. Ja, schauen wir uns die Aktie hier etwas näher an. Zunächst im Wochenchart, dann sieht man, die Aktie hat ja schon mal deutlich höher kwotiert, hier bei 64 Dollar Anfang 2021. Dann gab es diesen Abwärtstrend bis in den Frühjahr 2022 hinein. Dort hat man aber einen schönen Boden ausgebildet und seitdem sieht man diesen mittelfristigen Aufwärtstrend. Noch besser sieht man das natürlich hier im Tagesschart. Seit den Tiefs hier im Jahr 2022 hat man wirklich einen schönen Aufwärtstrend hingelegt. Jeder Rücksetzer wurde letztendlich wieder gekauft. Im Sommer diesen Jahres war es dann recht schwierig, auch diese Hürde von ca. 49 Dollar hier zu überschreiten. Doch da ist man noch zweimal abgeprallt, hatte hier einen etwas größeren Rücksetzer, den 200 Tage durch nicht ganz getestet und ist jetzt letztendlich wieder angesprungen und hat dann gestern auch nach den vorbörstigen Quartalszahlen ordentlich zulegen, können ein neues Jahreshoch beziehungsweise sogar mehr Jahreshoch hier ausbilden können. Also es sieht jetzt sehr, sehr positiv aus. Man kratzt an der 50-Dollar-Marke, die wird man vielleicht sogar heute überschreiten können. Und dann kann man sicherlich hier nach höheren Kursniveaus wieder Ausschau halten und dann auch etwas rauszoomen. Also bis in den Bereich von 55 Dollar ist hier durchaus auch vielleicht bei anhaltender Dynamik, bei diesem Impuls schon die Möglichkeit, dieses zu erreichen. Und dann sicherlich hier auch bis in den Bereich von 60 Dollar und dann auch den Hochs bei 64 Dollar. Also da ist durchaus noch Potenzial gegeben. Nach Rücksetzer, denke ich, können hier weiter genutzt werden, um in diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier auch trendfolgend einzusteigen. Ja, also wer von der Branche, die sicherlich auch in vielen Großstädten nicht nur zum kurzfristigen Trend geworden ist, partizipieren will, der hält sich an. So einen Marktführer wie Uber, die Lüfte, schauen wir uns vielleicht auch nochmal in jüngster Zeit an. Und insofern freue ich mich über die grandiose Berichterstattung und auch aufs nächste Video, Roland Siegen. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.